Das Hauswende, der Mann hat noch mal ein Mittagessen und der Abend noch mal eine Stelle. Das ist alles. Mehr ist ich wirklich nicht. Jetzt trinkt das irgendwie ein Alkohol. Die Tieferschläge sind 6-7 Flaschen der Woche, das ist ja alles. Das habe ich 10 Tage. Das sind 60 Liter. 6-7 Flaschen. 10-Liter-Flaschen sind 70 Liter. 10-Liter-Flaschen sind 70 Liter am Tag, das ist aber ganz schön viel. 10 Flaschen, eine Flasche pro Tag, höchstens 2. Alkoholfreis. Berliner Pilsner.